Oh Gott, ja, hallo. 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 Ah, hoi, hoi. Herzlich, läuft aber schon? Ja, ja. Ah, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nüsse für und Klaus Dirk. Das wird auch nie langweilig, zu jedem Jingle ein Furzgeräusch zu machen. Naja, es ist ja dieser eine Jingle. Woher kommt der? Das ist, ich meine, ein ganz bekannter. Das ist Super Mario, der Anfang. Ah, okay. Oder nicht, was wir eben gemacht haben? Ich glaube, eigentlich haben wir immer einen anderen. Aber wir hatten jetzt eigentlich eine Tonlage tiefer. Wir hatten den Ja, wie auch immer, den Rest kann man sich das Ding, das kann man sich denken. Es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Varianten da in der Je nachdem, in welcher Super Mario Epoche man spielt, gegen Bowser oder die Cooperlinge. Ich habe gerade gedacht, dass der Lampenladen Die Lampe So, dass der gerade Mörderumsatz macht. Umsatz? Umsatz, weil jetzt hier gerade um 12 Uhr schon Mitternacht draußen ist, lichttechnisch. Ja, also wenn man morgens aufsteht, ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber hier ist echt zappenduster die ganze Zeit. Ich habe auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, oh, heute hatte ich keinen Wecker und dann dachte ich, ja, da hast du ja aber jetzt schön, bist du schön früh wach geworden, ist noch gar nicht richtig hell. Ich tippe mal auf, wann wird es hell? 7.30 Uhr? Ja, so 7.30 Uhr, 8 hätte ich auch gesagt, ja. Aber es war, glaube ich, schon halb 10 und es halt einfach nicht hell wird. Wir sind gerade mitten im schönen Monat November, die Hochzeite der Depression, also wer seine Depression jetzt abernten möchte, idealer Zeitpunkt. Ja, das stimmt. Ich habe gerade die Folge gesehen mit dem, er ist das Gesicht der Depression. Ah, Mr. Peanutbutter, ja. Oh mein Gott, eigentlich bin ich total glücklich und deswegen… Aber das haben depressive Menschen ja oft, sodass sie nach außen hin so glücklich wirken. Ach du Scheiße, du bist auch total glücklich. Ja, sehr gut. Ja, was ich auch nicht mitgekriegt habe, wie heißt nochmal die Journalistin? Diane. Wann ist denn bei ihr Depression da entstanden, beziehungsweise sie ist doch da in Illinois oder wo sie jetzt hinkt? Ja, ich verrate jetzt ein bisschen, was du mir nennst. Ich weiß, ja, BoJack Horseman. Ja, das ist Netflix, jeder hat Netflix. Ich weiß auch nicht, ob es schon mal tatsächlich thematisiert wurde. Vom Charaktertyp passt das natürlich ganz gut. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es schon mal zur Sprache kam, aber es ist jetzt… Ich muss ganz kurz einmal an meinem Kabel wackeln. Das kann man so ein bisschen… So, aber es passt natürlich vom Charaktertyp ganz gut, dass du das Gefühl hast, dass… Siehst du dich irgendwie so komisch? Will ich mir das sein? Hallo, 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 hallo. Was ist denn das für eine Decke da? Ist das der Himmel? Das ist doch nicht deine Decke. Doch. Du hast eine Himmeldecke? Das ist die Bettdecke ohne Bezug. Und die ist Himmel… Ja. Farben, wollte ich gerade sagen. Sommerfarben. Die ist sommerlich, sonderbar sommerlich. Blau. Ja. Die ist blau. Mit grünen Elementen jetzt. Das ist so eine Decke, die ist halb Strandurlaub, halb Decke. Du hast eine richtig eklige Chibutasse da in der Hand. Ja, die habe ich geschenkt bekommen. Das war so ein Verlegenheitsgeschenk vom Flughafen, vom Dussmann. Wenn das konservativste Unternehmen dir irgendwas Weihnachtliches schenken will, dann schenken sie halt eine Tasse mit irgendwie so einem Pseudogoldrand und dann halt so drei, vier richtig symmetrisch gruseligen Schneeflöckchen drauf. Ja. Was steht vorne drauf? Hello, winter, time for tea. Ja, meine Ironman-Tasse wollte ich jetzt nicht aus dem Schrank holen, die hatte ich gestern so benutzt. Ich würde meinen Säureblocker jetzt schon sofort nehmen bei dieser Antwort. Normalerweise habe ich natürlich eine Ironman-Tasse, auf der steht Heavy Metal. Die hatten auch schon diverse Male, glaube ich, im Bild. Ja, das ist meine Marmelade. Diverse Male im Bild. Wir haben ja immer Fotos, passend zu dieser Folge und ich glaube, als wir diese Folge gemacht haben, auf dem Leonardo DiCaprio in The Great Gatsby drauf war, hatten wir halt eine Tasse hochgehalten. Das klingt plausibel, ja. Eine von uns hatte die Heavy Metal-Tasse. Und sonst haben wir es getan, außer Bojack Horseman zum Binge-Watchen. Kann man da vom Binge-Watchen reden bei acht, 25-minütigen Folgen? Eigentlich nicht. Nee, vier Stunden. Also nicht mal. Ja. Hier wird geflext im Innenhof, und zwar die schönen, klassischen... Das Magazin-Flex wird hier aufgenommen. Und Papier, beziehungsweise Plastik, beziehungsweise Alu, beziehungsweise Glas ist hier vereinheitlicht worden. Ja. Finde ich auch ganz interessant. Wir sind wie ein Bienenfluss in der dritten Weltregion. Bienenfluss. Einfach alles reinschmeißen. Bienen, Wespen, Larven. Ja, und diese Woche ist bizarrerweise jetzt irgendwie gerade so ein Casting-E-Casting-Marathon losgebrochen worden. Ich sag, also relativ viele ab, weil es halt einfach, also diese Kurzfristigen hast du in drei Stunden Zeit, also so eine Dinger. Normalerweise, ich kann... Kannst du es in einem Unternehmen, kann das nicht langfristig planen? Erzähl mir erst mal, ich muss danach noch, danach habe ich eine lustige Anekdote. Ja, es ist halt irgendwie dieses klassische, jetzt das Jahr geht zu Ende und die Töpfe, die Werbeetats, die werden halt ausgeschabt und deswegen... Sonst kriegen wir das nächstes Jahr nicht nochmal. Genau, und deswegen schmeißen die ganzen Firmen hier und da halt ihre Dinger jetzt raus, aber dieses Gesabbel von Vega, im Sommer, da wird ja richtig viel gedreht, kriege ich irgendwie nicht mit. Also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt alle irgendwie nochmal so ein ganz klein irgendwas im Studio durchziehen an ein oder zwei Tagen maximal, das schaffen wir jetzt zum Ende des Jahres normalen. Ja, gut, ne? Du bist ja auch schon total drin oder im Weihnachtsfieber, wenn ich die Tasse sehe Ich bin jetzt alles weihnachtlich geschmückt, das sieht man vielleicht nicht, ich habe einen Weihnachtsstern oben auf meiner Monstera. Ja, bei den Engelchen, der Engel, der immer ruft Frieden, Frieden, der ist oben auf meiner Avocado-Pflanze. Ich habe gestern ein Casting gesehen auf Casting Network, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, im Gratis-Bereich, wo sie einen englischen Presenter gesucht haben und eine Schauspielerin mit langen Haaren, in der Rubrik Komparsen-Kleindarsteller, für 15 Euro die Stunde. Für Komparsen ist das schon ganz gut. Ja, aber du bist ja als Hauptrolle in so einem Film kein Komparse und als Presenter bist du kein Kleindarsteller. Wenn sie aber in dem Bereich suchen, dann hoffen sie ja, dass sie talentierte Laien kriegen. Also günstig einfach. Also da ist 15 Euro so und das hieß halt Million Dollar Video. Million Dollar Punkt Video, so eine Firma, die halt so Unternehmen groß machen möchte. Und ich habe der Redaktion von Casting Network geschrieben, die haben sie jetzt auch rausgenommen. Ah, okay. Weil ich meinte, das ist halt, das geht, das ist jetzt schon immer so ein bisschen mit dem Plus, ich glaube, ich weiß nicht, was das ist. Das ist halt einfach vielleicht dein abgebrochener Zahn. Vielleicht ist es auch mein, hörst du es auch? Nein. Vielleicht ist es einfach da mein Kopfhörer. Also das geht halt, also erstens, ne, tut euch den Gefallen, geht auf Million Dollar Punkt Video, Punkt Video, auch eine Top Domain. Zusammen Minus? Nein, nein, Million Dollar Punkt Video. Okay, also alles eins. Also das alleine klingt ja schon wie ein Scam. Und ich habe, also 15 Euro die Stunde fällt, die suchen halt Leute für deren Produkt Video und das ist halt kein, das sind halt keine Kleindarsteller. Ja. Also da suchst du halt auch nicht im Laienbereich und das ist auch, ich war auch im Laienbereich von Casting Networks und da hatte ich keine Laien. Ja. Also das ist ja auch so eine Sache und das ist ja, es ist ja wirklich halt, die suchen jemanden, der auch nicht Featured Extra ist, sondern die suchen halt eine Person und einen Presenter. Das heißt, die werden halt irgendeine Person haben, die im Video was macht und die werden jemanden haben, der das quasi erklärt, als Erklärstimme. Also als Voice-Over kannst du halt einfach keine Nebenrolle sein, wenn du da halt nicht Masse machst und das ist halt nicht Masse. Also für 15 Euro, sechs Stunden, für deren Videopimme leider. Ich dachte, 15 Euro pro Stunde. Ja, pro Stunde, aber halt sechs Stunden. Also ich meine, ja, und halt gecastet von Lovestone-Firmen, die aber tatsächlich halt ein größeres Casting-Büro hier sind, die in Mitte sind, da am Litfaßplatz, wo du mit dem Fahrstuhl hochfahren musst. Du warst da glaube ich auch schon. Wo du mit dem Fahrstuhl hochfahren musst. Nee, aber das ist halt, ich meine, zu wie vielen Castern fährst du mit dem Fahrstuhl hoch? Die sind halt irgendwo da im fünften Stock in so einem komischen Bürogebäude. Da haben sie einen Fahrstuhl? Naja, also irgendwo in Mitte, direkt am Alex. Okay. Das war halt absoluter Bullshit für den Preis, da halt Leute zu suchen für das Video. Die meinen auch, ja, es ist zwar im Komparsen-Bereich, aber die haben es sich angesehen und auch der Name des Kunden, der sucht, die nehmen es jetzt raus und besprechen das halt mal. Also du hast einfach gesagt, von wegen hier, das ist gefährlicher Scheiß. Ja, das ist halt ein Scam. Also es ist, wie gesagt, die sollten halt einfach für den Preis niemanden finden können. Ja. Also darum geht es halt auch. Das ist halt, wenn du halt sagst, du hast halt für einen Sprecher und für jemanden, der in deinem Produktvideo ist. Und wenn dein Geschäftsmodell ist, du bietest Unternehmen günstig Videos an, ja, so errechnet sich euer günstiger Preis, also falls es überhaupt ein seriöses Angebot ist, was ich bei dem Namen bezweifle. Und wenn dein Budget dafür ist 120 Euro, dann hast du halt kein Budget für ein Video. Punkt. Ja. Und ich finde, das sollten solche Unternehmen auch mal lernen. Hast du geschaut, weil wenn die sowas da geschaltet haben, dann haben die das doch vielleicht auch bei Cast Forward oder Cast Upload oder sowas. Bei Cast Forward habe ich es nicht gesehen. Bei Cast Upload. Ja, bei Cast Upload würde es mich nicht wundern. Ja. Ich gebe Dirk mal die Seite in die Hand. Million-Dollar-Punkte-Video. Okay. Dirk hat jetzt gerade den Live-Windows-3.1-Rechner. Welcome to Million-Dollar-Dot-Video. Oh, da unten links sieht aus wie du. We create affordable videos. Ja, wenn ihr... Ads for any product. Ja, weil ihr den Leuten kein Geld sagt. Deswegen ist es affordable, weil ihr alles einstreicht. Also, es ist halt... Also, wenn du nichts zahlst, kannst du halt nichts erwarten. Ja. Also, das ist halt eine Logik, die Leute halt mal verstehen sollten. Wie gesagt, wenn du halt für irgendein Video, du willst ein Produkt vorstellen, hast da für ein Video-Budget von 250 Euro, hast du kein Video-Budget. Ehrlich? Das kostet 250. Nein, aber ich meine, das wird ja so sein, dass sie sich halt an irgendwelche kleinen Startups oder so richten. Oh, wir haben jetzt ein Video-Budget von 500 Euro. Ja, dann habt ihr kein Video-Budget. Also, natürlich nicht. Starter-Preis 695 Euro. Na gut. Video-Länge 60 Sekunden. Ein Schauspieler, der nicht spricht. Color-Grading. Bla, bla, bla. Kein Untertitel. Musik kommt dazu. Ein Preview-Picture. Keine Veränderung möglich. Aber 695 Euro, hä? Ja, natürlich. Also, es hat kein... Das Professional, das Teuerste, was sie anbieten, 1,5. What? Ja, also ich meine... Das ist die Tagesgage ohne Buyout eines Schauspielers. Ja, also dafür könnte ich halt mit der Kamera vorbeikommen und die Leute dabei filmen, wie sie aber alles selber aufgebaut haben und machen. Und ich schneide da nichts zusammen. Und das inkludiert sogar irgendwie Dekorationen und Gegenständen, sonst was, die im Wert von 100 Euro da noch irgendwie geholt werden, reingepackt werden, so ein Scheiß. Ja. Ja, ich meine, natürlich, ja, weil halt die Leute, die im Video sind, 60 Euro bekommen. Musik, ein Schauspieler, der halt dann auch irgendwie textlich alles runterprabbelt, was sie wollen und so. Alter, krasser Scheiß. Ja, und das, ich meine, so setzt sich halt der Affordable-Preis zusammen. Liederlich. Weil die Leute halt nicht anständig bezahlt werden. Ja, also, ne, es ist, äh, uns kennt ihr vielleicht auch aus unserem Million-Dollar-Punkt-Videospot. Haha. Ja, naja, ne, so viel zu, äh, coolen Castings. Basic. Ein redender Schauspieler. Colored Background or Studio-Set. Unglaublich. Ja, naja, ne, so ist es im Leben. Und dann ist es im Casting wieder da, ähm, ich darf nicht sagen, bei wem oder für was. Bei Penismeyer? Ja, und da hieß es, äh, von wegen, äh, hast du ein Unterhemd drunter? Ne. Ja, dann würden wir dich bitten, gerne mal komplett oben ohne dich hinzustellen. Aber es ging auch darum, dass, äh, dass, äh, dass die Figur oben ohne sonst was. Und das hat meinen Kollegen, der vor mir war, also ich meine, ich hatte, äh, vermute, dass sie jetzt irgendwie die Richtung dann halt auch spielen. Ja. Aber mein Kollegen wurde dann definitiv so ein bisschen irritiert, weil es total verstehen kann, so. Und man kennt ja bei den ein oder anderen bekannten Castern, da wird dann halt nicht, äh, vor allen Dingen, wenn es weibliche Kollegen sind, umgedreht oder mal aus dem Raum gegangen, sondern von wegen, ne, wir sehen die hier eh gleich, dann können wir auch den Akt des Umziehens beobachten. Und filmen. Und sabbern. Ja, ich habe übrigens auch schöne Testimonials gerade noch gelesen beim Wecklicken von denen. Irgendeine Firma, ja, wir konnten uns halt kein großes Produktvideo leisten, deswegen haben wir das genommen. Ja, dann könnt ihr euch kein Produktvideo leisten. Also, Punkt. Ja. Das ist, wenn ihr halt kein Budget für, wenn ihr halt irgendwie ein Event macht und ihr habt ein Budget für 100 Euro für Fotos, dann habt ihr kein Budget für Fotos, dann habt ihr halt keine Fotos. Fertig. Ja, aber hier, der eine hat das neue iPhone und dann mit den Fotos. Ja, dann kann er das ja machen. Also, dann holt, dann macht ihr alle mit dem Telefon Fotos. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ihr habt dann halt kein professionelles Budget. Ja. Klaus, geht deine Frage in die Richtung? Nee. Achso. Die gehen wir mal in die Super Mario-Richtung. Ich dachte, wir spielen Ringfit währenddessen. Deswegen wollte ich mal, auch weil wir gestern so ein bisschen bei Lidl dran vorbeisiteln. Ich habe gefragt, ob wir... Ja, aber ich habe so dann in anderthalb Stunden keine Zeit mehr. Achso. Ich muss noch. Und du hättest ja jetzt gekotzt so kurz nach dem Essen. Ja. Außer ich kann irgendwas nur mit der Arme oder nur mit der... Nur mit der Arme machen. Oder nur mit dem Genital. Ja. Deswegen dachte ich... Das ist ein ganz kleiner Ring. Fit. Die besten Spiele, die keine Videospiele sind. Aber also das heißt nicht nur Brettspiele, sondern generell die besten Videospiele. Genau. Ich dachte halt auch an so Sachen wie Hase und Jäger. Das fällt mir immer dabei ein. Hase und Jäger. Hase und Jäger. Hase und Jäger. Hase und Igel, das Brettspiel. Was ist denn Hase und Jäger? Hase und Jäger ist so eine Art Haschmich-Variante. Haschmich ist Packen, ne? Fangen, ja. Ja. Packen, sagt man bei euch. Ja, ich glaube, fangen, packen, aber packen, ja, ich glaube, ich sage Packen. Ich glaube, heute sagt man AfD... Der packt dich. ...die AfD und der Asylbewerber. Oh. Und Hase und Jäger, wer gefangen ist, der muss dann halt so eine Brücke machen und kann aber wieder erlöst werden, wenn der andere unten durchkriegt. Ah, das hieß bei uns Stehbock, Laufbock. Ja, hat ja alles tausend Namen. Das hatten wir damals im Schulunterricht gerne gemacht, weil das ja richtig körperlich abgeht und das da aber auch den einen oder anderen Mal ausgenockt hat, wenn du halt jemanden hast, der richtig flink zwischen deinen Beinen durchslidet und dann irgendwie eine Dame oder ein Mädel vergisst, Pock, und du denkst, Dame oder Mädel, Dame oder ein Typ, das vergisst und dann... Dirk hatte mehrere Damen, als er noch in der Schule war, die frisch vom Bankett in die dritte versetzt wurden. Ja, ich war in der Seniorenschule. Ich war der einzig Sechsjährige bei den ganzen 76-Jährigen. Seniorenschule Heppenheim. Hier lernen sie wieder, was Alzheimer sie vergessen hat lassen. Wie meinen sie das? Ja, nee, da habe ich dann ein paar Mal welche abgekriegt, wenn da halt jemand echt so durchslidet. Und du denkst, boah, gerne standen die Jungs dann halt auch wie in einer Mauer, wie beim Fußball, weil die halt einfach... Ja, weil das Coolste ist natürlich, wenn die Leute hat, dass die das konnten, die nicht einfach hingelaufen sind, sich dann gestoppt haben, hingekniet, durchgekrabbelt, wieder hoch, sondern welche, die beim Laufen in die Knie und dann sliden oder über den Arsch so durchsliden. Das ist natürlich das Geilste. Aber das birgt ja halt auch die Gefahr, dass es nicht immer hundertprozentig packt. Also gerne halt auch mal irgendwie, weiß ich, einen Knöchel mitgenommen und jemanden umgewämst dadurch, weil du gedacht hast, das kann ich auch so cool wie, keine Ahnung, Basi oder irgendwas. Und dann, faps, au, ja, ich bin durch, ich bin durch. Nee, du darfst das Bein nicht mitreißen, Aaron. Ja, aber solche Spiele fand ich immer ganz geil. Ich fand halt Brennball ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so hieß. Ja, 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 genau. Also an sowas dachte ich halt auch so. Es gab mal im Hochschulsport einen Kurs, den gibt es wahrscheinlich immer noch. Spiele. Kleine Spiele. Ja, hast du erzählt. Ja, genau, genau das halt. Nur diese Spiele, die du als Kind gespielt hast, wo du es nicht so richtig zu schätzen gewusst hast. Und jetzt kannst du jetzt Erwachsener nochmal spielen. Mit deiner Erfahrung. Ja, schon ganz, also ich habe bei Brennball zum Beispiel, war ich nie der Typ, der die Bälle gefangen hat. Ich war immer nur die Gazelle, die allem ausgewichen ist. Das ist Völkerball. Scheiße. Über das du redest. Oder zwei Felderball, wie man jetzt sagt. Brennball ist das, was wie Baseball ist, wo man auf irgendeiner Station pausieren kann. Alle rennen und sind dann verbrannt, wenn sie… Ja, das ist Brennball. Ja, du baust so ein Parcours auf. Ach ja, stimmt. Also da, wo du quasi beim Baseball… Das finde ich aber auch geil. … auf den Bases safe bist. Ja, ja. Genau. Aber wollen wir erstmal über Völkerball oder jetzt zwei Felderball, wie man sagt. Sagt man jetzt zwei Felderball? Überlaube, ja. Ach, Quatsch. Volleyball ist dann auch zwei Felderball oder was? Dodgeball. Ja, auch. Toller Film übrigens. Ja, stimmt. Was macht er denn jetzt? Ich gucke mal, ob man noch Völkerball sagt. Wieso da? Ach so, wegen Völkisch oder was? Völkerball. Ich glaube, das ist es, ja. Dass du in einer Schule das nicht mehr sagen willst. Aber bitte dann nicht zwei Felderball. In der Schweiz auch Völk, in der ehemaligen DDR auch zwei Felderball. Ja gut, aber das heißt ja nichts Aktuelles, sondern auch Vergangenes. Völkerball. Sollte man das Spiel aus der Schule verbannen? Spiegel. Also wenn ich das nicht in der FAZ lese, unterschrieben von Friedrich Merz, dann glaube ich es nicht. Ausweichen, fangen, werfen und rausfliegen. Völkerball wird im Schulsport ständig gespielt. Nun gibt es scharfe Kritik von Experten. Sollte der Völkerball aus dem Unterricht verbannt werden? Okay. Unterdrückend und entmenschlichend. Also das stimmt natürlich, wenn du jemanden hast, relativ schnell wurden bei uns dann Die dicken, sagst du auch. Die dicken Kurzbeiden rausgewämst und dann halt nicht natürlich, indem man halt ihn den Ball entgegenwarf, sondern sie abwarf, so auf Beinhöhe, so wo man auch nicht fangen kann. Und du wusstest halt auch, die Reaktionszeit war nicht da, zu springen. Beziehungsweise hast du dann meist, wenn du es richtig geschafft hast, auch ganz traurig so an die Beine getroffen, dass derjenige gar nicht mehr richtig auf den Füßen landete, wenn er gesprungen ist oder es versucht hat. Es gab ja dann halt, das fand ich mal gruselig, die einen oder anderen schon im Verein bestehenden Handballer. Und die haben ja den Ball dann nicht irgendwie aus einer Hand geworfen, sondern die haben da schon komische Rotationen gemacht. Und wenn die dann halt den Ball, dann hat es richtig gezimmert. Also da ist die PAM und das, okay, da haben halt manche auch gar nicht mehr versucht, auszuweichen, sondern sich nur noch zu drehen, dass sie sagen, okay, dann schmeißen wir am Rücken oder am Arsch ab, ist mir egal, Hauptsache nicht die Nase. Ja, Völkerball ist ein Spiel für Wölfe, nicht für Deckel. Gott, da kommt jetzt eine BW-Zeit wieder hoch, oder was ist das? Habt ihr das mit einer Granate gespielt? Ja, nein, ich hab's auch gerne gespielt. Ich war aber auch genau der Typ, der den Ball immer ausgewichen ist. Ja, es war bei mir eine sichere Sache. Also, weil ich hatte den Ball halt super oft berührt oder halt dann mit dem Bauch so halt geprellt, fangen so und dann ist der trotzdem nach oben weggeflutscht und keine Ahnung, da habe ich gesagt, Ausweichen war immer sicherer bei mir. Ja, ich war ja sowieso kein Ballsportler in der Schule, also das war halt, dafür hatte ich echt nicht so ein Gefühl, aber so für Körper und irgendwie rausgehen und. Ja, weil du Sachen konntest, also was ja auch geil richtig war, wenn du richtig so verarschen konntest und hast halt diesen großen gemacht, das Gefühl hattest, okay, jetzt werfen sie auf den Körper und du schmeißt dich hin und legst dich hin. Also das Unsere ist da eigentlich, weil das meiste ist, die auf die Füße werfen, beziehungsweise sie gerne halt auch erstmal den Ball auf den Boden treffen lassen, dass er dann beim Hochprellen den Gegner trifft und nicht direkt so. Und wenn du dann es geschafft hast, dass du den Werfer so verarscht hast, das war natürlich schon ziemlich geil. Aber klug war es natürlich, wenn zwei Werfer gegenüberstanden und nicht ein guter, sondern die sich echt so schnell hin und her gepasst haben, meist sind dann halt auch die schlechten, nicht nur die schlechten Läufe, sondern auch die schlechten Werfer danach sehr ausgegrenzt worden, dass eigentlich 15 draußen hätten werfen können und drei haben geworfen. Ja genau, und von den 15, acht richtig gut positioniert, aber das geht immer nur zwischen den drei Jungs hin und her, die im Verein Fußball spielen. Ja, oder Handball halt. Ja. Ja, aber dafür halt der Höhepunkt, wenn jemand sich einer von den Gazellen hinlegt und dann am Boden liegt, du aber nur den Wurf angetäuscht hast. Ja, stimmt. Und dann das Highlight der Fünf-Punkte-Wurf auf jemanden zu werfen, der am Boden liegt. Also ich weiß gar nicht, wieso die kanadischen Forscher das unterdrückend und entmenschlich nennen. Auch sehr schön ist, wenn du richtig merkst, dass der jetzt gleich irgendwie deine sonst was für eine Parade, volle Sprung irgendwas hinlegen möchte und du deutest halt fünfmal an und dann, wenn er sich gerade halt umdreht, sonst was, und du schmetterst nicht, so machst du einen Volley, dass er sich umdreht und kriegt ihn so an die Stirn getitscht, so. Und versuchst dreimal zu greifen und der rollt so von seinem Rücken runter auf den Boden und du stehst so und da an dich. Ja. Ja, stimmt. Jetzt, wenn ich überlege, war das schon ziemlich assi. Bullying das Spiel. Ja, voll. Das ist, da wären wir schon beim nächsten, was du schon gesagt hast, den eigentlichen Brennball. Ja. Denn da hatten wir damals unseren Lehrer Glene Winkel, der, glaube ich, ähnlich wie du halt auch ziemlich BW geschädigt war, weil der hat dann halt auch irgendwie die Mörder, Mörder, also früher keinen normalen Brennball und der hat immer Brennballhindernisse gemacht. Ja. Mit nicht nur irgendwelchen Bases, wo du halt stehen konntest, sondern da hin musst du. Auf dem Stufenbarren. Genau. Oder du musstest halt irgendwie unter drei ganz normalen Tonbänken durchkrabbeln. Und das heißt natürlich, jeder, der nicht schlank bis maximal mittelgewichtig ist oder sowas, hatte Probleme. Also Dicke bleiben da hängen. Und das ist total in Würde. Das heißt, du nimmst irgendwann die Bank mit oder so, wenn du halt ein bisschen Power hast. Ansonsten versuchst du es erst gar nicht. Sagst, ich komme da nicht durch. Ja, komm, dann probier doch mal. Das Gute daran ist ja, dass das Team, das den Ball wirft ins Feld, das sind ja auch die, die gerade um die verschiedenen Stationen rennen. Ja. Die müssen sich dann beeilen. Ja, ja. Weil wir hatten halt einfach so Stationen, wie du bist dann halt im Stütz auf dem Stufenbarren oder hängst an einem Seil. Oder kannst du halt nicht ewig hängen. Wenn dein Team das dann nicht hinne macht, dann hast du halt verkackt. Ja, meist hast du ja dann sowas wie ein dickes Tau, wo du halt hin rennst und beim Laufen springst du noch ans Seil, hast es geschafft und denkst, yeah. Aber dann sind die Leute, die den Ball fangen, spielen das natürlich aus. Oh, der ist hinten reingekullt. Alter, mach hin. Und dann wird der Ball nicht zurückgeworfen, sondern wird gerollt. Dann meint, Entschuldigung, also die ganzen Schikane-Scheiße wird dann so ausgespielt. Und das ist dann halt auch. Ja, auch ein schönes Spiel. Ich gucke, was kann ich pflanzen. Mir war es gerade so, als ob du kommunikativ in den Pflanzen gerade im Zwiegespräch bist, während wir hier, was macht der denn, Alter? So eine Geste wie, habe ich doch gesagt, das ist wirklich wie erzählt. Habe ich doch gesagt. Ich möchte nicht wissen, wie oft der hier morgens mit einer Tasse Kaffee steht und erstmal mit seiner Physalis redet. Kiwi, ist das eine Kiwi. Ja, wie du sie nennst, mir egal. Ja. Ja, aber war ganz geil. War natürlich immer der Gag für den Werfer halt auch, auch den Wurf richtig weit anzudeuten und dann einfach den Ball fallen lassen. Ja, genau. Das darf ich auch sagen. Das ist eine meiner präsentesten Erinnerungen aus dem Brennball. Jemand, der den Ball einfach fallen lässt. Ja. Oh, so gut. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch einfach ein schönes Spiel, weil es halt nur so pure Schikane und purer Blödsinn ist und die Schüler einfach 45 Minuten lang durch die Gegend hetzt damit. Ja. Stimmt. Ja, ich war später mal, ich würde mal sagen, für einen satten Monat, weiß ich, ist das denn aufgelöstet, in einem Basketballverein. Mhm. Das war auch geil. Ich bin mit dem Kumpel Stefan damals immer hingefahren. Und ich glaube, die beiden Jungs, die das gemanagt haben, die kamen auch außer Bundeswehr irgendwie geschädigt raus. Denn das war das Aufwärmen halt auch ganz stumpf im Kreis laufen mit dem Ball in der Hand die ganze Zeit vor der Brust. Dann hast du halt einmal ringsherum geprellt. Dann solltest du halt Handwechsel machen, was total bizarr ist, weil ich kenne ganz, ganz wenig beidhändige Basketballspieler. Das heißt, rechte Hand, linke Hand, alle Bälle, plötzlich 30 Bälle verlieren halt so ihren Besitzer oder naja. Und dann gab es halt auch gerne die Sachen, wo du tot kriegst, wo du denkst, okay, das ist jetzt ganz klar so eine Gewährhaltung. Alle ihren Ball maximal ausgestreckt über den Kopf halten. Und dabei rennen. Genau. Und dann laufen. Und du dachtest, hä? Und dann halt einfach mal am Ende irgendwie immer so einen Korbleger machen oder sowas mit einmal prellen. Also ich kann mich nur an die Trainingseinheiten erinnern, weil es auch nie zu einem Spiel außerhalb dieses Vereins kam. Da wurden sie schon aufgelöst. Sie hatten irgendwie einmal eine Ansage. Ja, ja, dann und dann. Da spielen wir gegen, keine Ahnung, Rodefeld oder irgendwas. Ja. Und dann, ja, okay, erst dann trainieren wir. Ja, nee, wir trainieren mehr. Wie jetzt? Nee, ja. Aber wir wollten doch gegen die Pimmelheimer Trockenmösen spielen. Abgesagt, Freunde. Abgesagt. Ja. Wie eine Dürre. Das erinnert mich auch ein bisschen an meinen Schulballunterricht bei Herrn Liepelt. Während die Mädchen immer Ballsport hatten und immer gespielt haben, hatten wir nie ein Spiel, egal welchen Ballsport wir hatten. Wir haben nie gespielt. Wir haben immer nur einzelne Komponenten geübt. Okay. Also beim Basketball hat sie den Halbkreisschritt auf den Korb zu. Sternschritt und sowas. Ja. Und deshalb bist du am Brechen geübt und dann hatten wir vielleicht mal ein Spiel am Ende des Semesters. Echt? Ja. Und das war halt, das war super frustrierend. Und währenddessen, wir hatten halt eine Halle, die du nur mit so einer Trennwand getrennt hattest. Und die Mädchen haben halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen gespielt. Okay. Und wir waren halt immer dazu verdammt, nur die Komponenten zu lernen. Volleyball. Sechs Stunden langer Aufschlag. Ja, wir hatten auch so eine riesige Halle, die konntest du in drei Hallen trennen. Und ich habe dann auch während der Schulzeit dann Basketball AG gemacht. Bei Herrn Neuwöhner. Das war ziemlich geil, weil der war tatsächlich in der Deutschen Bundesliga drin. Oder ja, doch war drin. Und da hat man dann halt echt, also er hat dann auch so ein bisschen erzählt von Sternschritten und wie du halt im Zweikampf dann halt auch unbemerkt dir halt so deinen Raum holen kannst, ohne dass du halt den Ellbogen, den Gegnern ins Gesicht schießt, sondern indem du halt vorgebeugter und mehr, wo schaut er denn die ganze Zeit hin? Alter, das irritiert mich ja vollkommen. Schaut immer an mir vorbei irgendwie ganz hypnotisch auf seine Füße Halles. Ich habe so lange nicht mehr auf die Pflanzen. Was ist denn da, Alter? Möchtest du vielleicht eine nehmen und die auf dem Schoß stellen? Das beruhigt mich. Ja, aber wenn man miteinander redet, möchte ich wissen, wie du hier mit Dortmund sitzt, siehst du so ein Herz aus, schüttest, was man jetzt nächstes macht und du sabberst so über ihre Schulter schaust. Was denn? Da ist die Fivalis. Die habe ich lange nicht gesehen. Guck dir doch mal die Aloe-Pflanze an. Guck dir die Aloe. Ja. Weil wir uns beide jetzt in Richtung Pflanzen setzen. Also ich kann mich auch umdrehen. Dann haben wir, glaube ich, ungefähr die gleiche Richtung. Dann gewöhnen wir uns schon mal daran. Vielleicht, ich kann mich auch zwischen die Tür setzen. Dann siehst du mich auch gar nicht. Dann siehst du nur die Pflanzen. Wenn du das möchtest. Ach nee, ist gut. Jetzt schaut er verschillt zum Boden. Guck mal, guck doch mal auf die Chili. Ich habe die heute noch nicht gegossen. Ach, die kleinen da? Nee, die in dem großen Terracotta-Topf. Die kleinen sind die Kiwis. Ach so. Die großen sind immer noch klein. Ja, das stimmt. Also meine kleinste Chili ist immer noch größer als deine großen. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Herr Neuwöhner aus der Bundesliga. Genau. Ja, was ich immer gerne gemacht habe, ist, wenn du halt auf jemanden zuläufst, prellend mit dem Ball, dass du kurz vor ihrem Gesicht, also wenn jemand hasst, wo du merkst, der ist nicht im Angriff, sondern der ist immer, oh, was mache ich jetzt? Dass du kurz vor deinem Gesicht einfach den Ball so leicht lupfst, dass der halt nur kurz über den Kopf geht und du danach sofort weiter renkst. Ja, auch beim Fußball ein bekannter Trick. Also ich meine, am coolsten fand ich die, die es konnten, aber ich konnte das nicht immer einschätzen, ob die Beine so bleiben oder nicht, die halt einfach echt den direkten Prall zwischen die Beine legen konnten, dass die echt keinen Unterschied gemacht haben, die Handbewegung, alles war gleich und die rennen halt einfach weiter und wenn sie da durchkommen, ist der Ball wieder in deren Hand. Das fand ich am geilsten, aber das habe ich halt ein paar Mal probiert und es ging immer ziemlich traurig aus. Der Ball kullert danach nur über den Boden, weil du den Knechtel getroffen hast. Ja, meist gerne mal so, dass der Adrian direkt gefangen hat, weil ich ihn ganz doof geworfen habe, dass ich einfach wie Abgabe oder halt so geprellt, dass er halt dann zwischen die Beine und dann hochschnellt, dass er zwischen die Beine hochkam und derjenige dann böse, weil wenn du richtig im Speed läufst, böse dann halt irgendwie zur Seite gekippte und das war dann nicht so geil. Ich kann auch sagen, beim Bund hatten wir auch ab und zu mal am Freitag halt so quasi Sportunterricht und dann haben wir so Sportspiele gemacht. Sockenball, Seife, Socke und den schwächsten Schlagen. Das war halt die reinste Psychologie. Die ganze Woche wirst du halt nur gefickt und dann Freitag machst du den ganzen Vormittag nur kleine Spiele und kommst du halt nach Hause und denkst, ach naja, so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Kleine Peitsche, große Peitsche oder was? Ja. Ein Zuckerwotor zu Hause. Da haben wir halt mal eine Fußballvariante gespielt, wo wir alle im Krebsgang gespielt haben, also auf den Füßen und auf den Handflächen. Ach du Scheiße, das kenne ich aus dem Karate. Ja, also halt so mörderanstrengend und natürlich mördergefährlich, weil du ständig jemandem auf die Hände trittst. Weil was willst du, also das lässt sich ja nicht verhindern, wenn zwei Leute zum Ball gehen und halt so unkontrolliert aufeinander zukrebseln. Oder schnell mal jemand ins Gesicht trittst oder so. Ja, oder in die Hoden, passiert alles. Ja, aber das ist ja nur eine Variante des Spiels, das körperliche Spiel. Ist ja gestern am verrückten Labyrinth vorbeigegangen, was nur noch das Labyrinth zu heißen scheint. Ehrlich? Ja, es stand nur noch Labyrinth drauf. Ach, ist aber von Ravensburger. Ja. Ja, weil sonst könnte es ja halt auch einfach, keine Ahnung, nicht geschützt sein. Und das dann halt irgendwie, es gibt ja so viele. Der Will-Irr-Garten. Der möchte einfach um hier nicht zuhören. Jenga, aber in flach. Rede mit deiner Aloe-Kiwi-Pflanze. Ja, der. Uwe, weißt du, was wir früher immer gespielt haben? Sowas wie Monopoly. Monopoly oder sowas wie Monopoly? Nein, Monopoly. Und da waren wir immer fasziniert von diesen, ich habe es auch gerne mit meiner Schwester. Von Kapitalismus. Alleine gespielt, also nur wir, alleine, also nur wir beide, was ja total spannend ist. Und wir waren immer so angefixt von, wir haben diese Geschichten gehört, damals gab es ja kein Internet. Ja, der Blabla hat ein Guinness-Buch und da gab es eine Familie aus England, die hat das vier Tage am Stück gespielt. Also das ist ja nicht nur, die spielen, irgendwann haben sie keinen Bock mehr, sondern es hört ja auf, wenn jemand alles hat. Und die haben es wirklich gespielt und es wechselt immer von den Reichtümern hin und her. Die haben es aber vermutlich nach falschen Regeln gespielt. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt diese, diese, ähm... Willst du jetzt unterstellen, dass die Änderungen alle schmuren, oder? Nein, nein, man, man, man spielt es normalerweise eigentlich immer falsch, wenn du über Los gehst, dass du Geld nimmst. Ja, Ziel, also über Los von 4.000? Nein, es ist nicht so in den Regeln. Du bekommst kein Geld, wenn du über Los gehst. Und dann geht das Spiel auch viel schneller, weil du halt nicht ständig neues Geld bekommst, nur weil du einmal ums Brett gehatzt bist. Also wir haben doch immer brav gelesen. Wann kriegt man denn die 4.000 Euro? Gar nicht. Ach. Du bekommst kein Geld, wenn du einmal ums Brett gehst. Und das beschleunigt halt die Runden. Aber steht doch drauf, da ist der rote Pfeil und 4.000 Euro war auf dem Brett. Ich will ja mich doch verarschen. Jetzt gucken wir das beide nach. Gehe über Los Monopoly. Regel. Gehe nicht über Los. Ich habe das irgendwann mal bei Adam Ruins Everything gesehen. Ja, ja. Ah, ja. Mega spannend auch. Ich hatte das übrigens nie Monopoly. Ich habe es nochmal später bekommen. Ich hatte stattdessen das Mad-Spiel, also vom Mad-Magazin, was so wie eine Art umgekehrtes Monopoly war. Du musstest dein Geld loswerden. Ah, okay. Aber jede Karte und jedes Ereignis hat dir irgendwie Geld eingebracht. Und du hattest echt Probleme irgendwie dein Geld irgendwie loszuwerden. Modern Misconception is about Monopoly. So. Bla, bla, bla. Filler Content. Securing the free market. Hier geht es nur um die Bedeutung von Monopoly. Das ist eigentlich eine Karikatur des Monopolismus. Nach den offiziellen Spielregeln bekommt jeder Spieler jedes Mal, wenn er über Los kommt, von der Bank eine feste Summe als Gehalt ausgezahlt. Die Variante besteht hier darin, die doppelte Summe beziehungsweise an die Spieler zu zahlen, die nach ihrer gewürfelten Zahl oder durch Ereignis beziehungsweise Gemeinschaftsfeld direkt auf das Feld loskommen. Das ist halt eine Spielvariante. Aber nach offiziellen Regeln bekommt jeder Geld. Echt? Ja. Weil ich hatte es mal bei Verge oder Vox hatte ich es mal gehört, wo es halt darum ging, dass es halt deswegen gehen die Spiele immer so lang vom Monopoly. Okay. Na, hier geht es darum, also da stand eben, dass halt auch das große, dass das große, dass das große Spielregeln, die halt inoffiziell sind, sich aber sehr, sehr weit verbreiten. Dass halt, wie gesagt, wenn du direkt auf Los mit halt irgendwie einer Sechs kommst, dann kriegst du halt 6.000 Euro. Ja. Oder so eine Schnee, oder du, beziehungsweise 6 kannst du ja nochmal würfeln. Mhm. Und wenn du halt dann zweimal 6 würfst, dann kriegst du halt plötzlich 12.000 Euro, wenn du direkt auf Los. Ja. Und das ist ja halt so, wo du jetzt, äh. Naja, aber ich war dann, ich war immer hinter diesen tiefblauen Dingern her, die Parkstraße und so, die richtig Kohle machen. Das ist die Nobelgegend. Genau. Ja. Oder dann halt auch taktisch ganz klug alle Bahnhöfe. Mhm. So, der ja sehr, das ist ja schon fast wie Berlin, du hast den Südbahnhof, den Ostbahnhof. Ist das nicht auch, sind die Straßen nicht auch nach Berlin benannt? Ist das so? Ich glaube, ja, das ist doch, äh, also bei der Eindeutschung, aber da, was ist das, die Schlossstraße gibt's doch auch. Ja, und, äh. Ja, Lilienweg, ich weiß nicht, ob das was ist. Nein. Die Goethe-Straße gibt's, gut, die gibt's wahrscheinlich überall. Gibt's, glaube ich, in Wedding irgendwo, aber, äh, ich meine nämlich das, also, nach irgendwas musst du es ja benennen, wenn du es, äh. Wenn das übersetzt wäre, ansonsten, die Schlossstraße ist, glaube ich, die Park Avenue eigentlich in New York. Und das ist halt, also ich fand's halt gut, weil das so, so leicht auf, äh, war. Es war in der Ereignisfelder und, äh. Karten und alles erklärt sich selbst während des Spiels. Genau, es waren halt einfach nur zwei Haufen von Karten und der Rest sind halt einfach, äh, Straßen, also beziehungsweise, du kaufst ja Grundstücke und dann kannst du später Häuser, beziehungsweise Hotels draufsetzen. Und ich glaube, die, die Bahnhöfe können sich nicht verändern, ne? Ich glaube nicht, Bahnhöfe, Wasserwerk und so. Ich glaube, du kriegst nur Geld, wenn dir alle Bahnhöfe gehören, dann hast du halt mehr Mietanspruch. Fastes Einkommen, ja. Also, apropos, bei sechs nochmal Würfel, eins meiner absoluten Lieblingsspiele war ja immer, ich hab's sogar in der Uni hatten wir dann nochmal so eine Phase, wo wir alle wieder eingestiegen sind. Mensch, ärgere dich nicht. Echt? Aber das Klassische, ne? Ja. Es gibt ja halt auch diese. Die Achter-Variante. Genau. Ja. Vierer, achterer. Meine Oma hatte das halt, dieses klassische Brett Vier und Acht. Ja, genau, ja. Auch mit diesem klassischen, mit dem roten Case, mit dem Typen, der da so verzweifelt sich an den Kopf packt. Also, es gab ja vier Besichter, oder? Ne, ich meine mit der Schachtel, die Schachtel. Achso. Achso. Da gibt's so eine ganz klassische Verpackung. Also, wenn du es heute kaufst, dann meistens haben die das halt auch in dieser Verpackung übernommen. Ja. Ich mach das halt, weil es so simpel ist und weil du halt keine taktischen Bündnisse schließen kannst. War doch sechs raus. Also, bei einer sechs kannst du raus. Gehst du aus dem Häuschen? Außer, du hast den Startpunkt belegt. Außer, der ist gesetzt. Ja, genau. Und wenn der besetzt… Also, von einem deiner. Genau. Ansonsten ein anderer, den kannst du dann rausschmeißen. Wie ist das, wenn du jetzt, ich weiß nicht, fünf Felder gehst und auf dem fünften ist eine von deinen Figuren? Kannst du dann rüberspringen oder kannst du die fünf nicht gehen? Es gab doch irgendwie sowas, wenn du rüber… Boah, das weiß ich, das weiß ich nicht mehr. Ich dachte, du kannst die dann nicht gehen. Ich glaube, du kannst die auch nicht gehen, würde ich auch sagen. Weil das war das Problem immer später, wenn du ins Ziel kamst, du sagst von wegen, ich hab eine drei, aber auf Position drei… Ja, stimmt, genau, du verharrst dann bewegungslos. Ja. Genau, die Kinderregel ist, du darfst nochmal würfeln, aber eigentlich verharrst du bewegungslos in der Runde, ja. Und wenn du nicht raus kannst, dann darfst du dreimal würfeln, ne? Also wenn du zu… Nee, du darfst nur dreimal würfeln, wenn du keine Figur auf dem Feld hast. Ja, ja, beziehungsweise keine Figur, die sich mehr bewegen kann. Also wenn du halt schon zwei, drei im Ziel hast, die alle gut in der Reihe stehen, dann kannst du halt dreimal würfeln. Wenn halt eine Lücke ist, dann muss die geschlossen werden und das wahrscheinlich… Das ist ja auch immer geil, wenn du sagst, ja, ich bin vor weit und zum Schluss so, ich brauche eine Eins, nur einmal vor und eine Eins. Die müssen alle nachrücken, alles Einsen. Das ist halt so ein spannendes Ding, wenn einer so einfällt, vor dem Sieg steht und alle anderen drumrum tanzen, nur um ihn rauszuschmeißen. Das wäre eigentlich auch was so für zwischendurch bei der Feuerzeigenbogen, oder? Das kriegen wir halt im Suff noch geschnallt. Und das ist halt einfach so diese Schadenfreude, das ist so ein typisches Schadenfreude-Spiel. Was bei uns immer wichtig war, dass man halt am besten dieselbe Ecke hat, wo gewürfelt wird. Gerne wird halt auch der Pappdeckel genommen, weil so sind die Voraussetzungen überall gleich. Weil wenn wir halt das am Tisch gespielt haben und Oma hat dann halt eine bestickte Decke und du hast gerade bei dir so eine Blume und merkst halt immer, wenn du würfelst, da springt der oder da stoppt der, dann hast du mal Glück und mal Pech. Und wenn du Pech hattest, dann hast du gesagt, ja, hier, schön, Oma, hier ist die Pflanze, ich kann hier nicht gehen, normal werfen. Und wenn du halt dann eine Sechs hattest, ja, ist alles super, ist alles super. Ich sage, wieso, du hast doch gesagt, nee, ist alles super. Du hast es immer auf irgendwas geschoben. Meine Oma hat mit einem gezinkten Würfel gespielt. Ehrlich? Ja, wirklich. So mit Gewicht auf der Eins, dass sie immer eine Sechs hat, oder was? Ja. Ist ja geil. Man hatte sie ja gar nichts von, wenn sie dann direkt... Die hat auch immer nur, naja, du hast ja dann nicht immer eine Sechs, aber du hast halt häufiger eine Sechs. Ja. Die hat auch immer nur mit ihrem Würfel gespielt, darauf bestanden, mit ihrem Würfel zu spielen. Nee, nee, ist mein Glückswürfel. Ja, weil er gezinkt ist. Aber hast du es als Kind schon geschnallt? Es war mir schon klar, dass da irgendwas nicht ganz stimmen konnte. Ist ja geil. Sie, Oma, die Kinder aufzieht, ist ja geil. Wir hatten halt irgendwie so einen entfernten Onkel aus Ostfriesland und der hat nie gewonnen, aber der hat es geliebt, wenn vier Parteien gespielt haben, alle rauszuschmeißen. Ja. Also er hat halt auch mal taktisch so gespielt, dass er die so auf dem Spielfeld verteilt hat und nicht andere gesagt haben, Alter, du hast jetzt dreimal eine Sechs, du hättest den viermal schon reinschieben können. Man, die ist egal, ist egal. Und da hat er sich immer so hingestellt, wenn wer kam raus, er, vier, pf, wieder raus. Und so hat sich tierisch gefreut. Hat nicht einmal gewonnen. Ich glaube aber nämlich auch in den Originalregeln musst du die Leute rauswerfen. Also wenn du wählen kannst zwischen ich kann rein oder ich kann. Genau, genau, weil ich, also, weil ich hatte es dann nochmal durchgelesen und ich meine, es ist so, du musst, wenn du eine Figur rauswerfen kannst, musst du das machen. Ja. Wenn nicht und wenn du, also wenn du eine andere Figur ziehst und die absetzt und die anderen Spieler sehen das, können sie die Figur entfernen, die jemanden hätte rausschmeißen können. Dann fliegt deine Figur vom Feld. Und das macht es halt so schön, weil du halt, du kannst dich nicht taktisch absprechen mit jemandem. Ja. Weil du darauf angewiesen bist, andere aus dem Feld zu entfernen. Und das Original nur mit diesen kleinen Holzfiguren, oben Kugel und ein Kegel, ne? Ja. Ja. Beziehungsweise gab es die später dann in Plastik, aber meine Oma hatte noch so ein originales Holz. Und ich hatte irgendwo hier, vielleicht habe ich das noch, so eine Reiseedition von Mensch Ärger. Ach so eine kleine, so mit Steckdingern oder Magneten oder was? Ja, das waren, ja, mehr oder weniger Magneten, glaube ich. Ja, die hatten ja halt auch Magnetdings und dann halt auch mit Mini-Würfeln, wo du dachtest, Alter, das... Wir waren auf Studienfahrt, waren wir so angefixt von Mensch Ärger, dadurch nicht, was wir im Hostel gespielt haben. Und wir waren mitten in so einer Partie drin, dass wir das fotografiert haben, das Spielfeld. Wir haben uns am Bremer Hauptbahnhof aufgeteilt, um Mensch Ärger dich nicht zu suchen. Ich habe mal eins gefunden, dann haben wir es im Zug weitergespielt auf dem Weg nach Berlin. Ach, Scheiße. Vier Erwachsene, mehr oder weniger Personen. Das habe ich ewig nicht gespielt. Was ich nicht so geil fand, also zeitweise schon, wenn man Karten spiele. Kannst du denn sowas wie Skat? Nee, mir wurde mal von meinem Stiefvater Bauernskat erklärt. Ja, das kann ich auch. Bauern- oder Offizierskat hießen bei uns. Das kann ich halt nicht. Also ich kann nur Mau Mau und die einfache Variante von Mau Mau hieß bei uns Bube raus. Also das war halt einfach, dass die 7, 8 und 8 und so was nichts bedeuten, sondern nur der Bube bedeutet halt Wunsch. Und deswegen, das war eine ganz einfache Variante. Und dann halt bei meinem Stiefoppa immer 17 und 4 auf Geld. Und der hat halt immer platt gemacht. Beziehungsweise hat er dir dann halt die 10 Pfennigstücke so vorgestreckt und die hat er meist komplett immer, der hat immer die Bank gemacht. Ja. Dann hast du gesagt, ja okay, ich habe hier einen Ass schon mal geil. Und dann, ach scheiße, ich habe hier, keine Ahnung, es gab ja die Variante zwischen Bildkarten zählen, 10 glaube ich, 10 oder so? Ich glaube Ass ist die Variante. Ass zählt 11 oder 1. Ach so, okay. Ja, ja. Und dann hast du manchmal halt, wenn du so ein großes Kartendeck hast, dann hast du ja halt auch, weil was denn das ist? Rommi-Kartendeck. Die 52er. Ja, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ja. Und dann hast du halt einen Ass und eine 2 oder Ass und eine 4 oder so. Und dann ist, naaaah. Sir, sie sollten wirklich noch eine nehmen. Ja, und mein Opa hat dann schon immer die Karten so rausgenommen und dann immer so in der Hand so gezuckt. Na, na, na. Und dann, ja, komm, doch ein Ass. Das war ja regelmäßig. Also er hat halt einfach nur zugesehen, dass er die Leute platt kriegt. Der hat dann auch als Bank immer gespielt von wegen, 10, 12 reicht. Was? 12 reicht. Und dann fängst du an, 10, 11, ja, klar, ich muss ja, und dann 22, so eine Dinger. Bei meiner Mauer habe ich auch schon seit tausend Jahren nicht mehr gespielt. Das ist doch nur meine Klärung. Bube ist, du kannst dir eine wünschen, also was jetzt gelegt wird. Genau, ja. Als nächstes, okay. Okay, 7 ist 2, 10, beziehungsweise 4, 6 oder 8, 10. 8 ist eine Aussetzen. Genau. Hatte Dame auch irgendwas? Nee, ich kenne auch die Variante bei 4 mit 9, dass das ein Richtungswechsel ist. Okay. Also wie bei Uno oder sowas. Aber sonst war es genauso. Also eigentlich kenne ich genau nur diese... Ja, 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 das mit Richtungswechsel kenne ich gar nicht, okay. Hm, interessant. Okay, war nur für meinen Kopf. Genau, und dann war immer noch die Sache, kannst du Bube auf alles legen? Ah. Dass du sagst von wegen, ich habe einen Kreuzbube und leg den auf Herz 8, geht das? Oder musst du halt dann auch schon ein Kreuz da liegen haben, dass du den Bube hinbekommst? Ich glaube, Bube ging auf alles, soweit ich mich erinnere. Ja. Und dann hast du ja meistens taktisch so hingelegt, dass du halt dann, keine Ahnung, zum Schluss einen Buben hattest. Dass du sagst von wegen, ich habe hier 2, 7. Er hat mir gesagt, 2, 10. Sagst du, 7, 14. Sagst du, 7, 16. Sagst du, 7, 18. Und dann bummst du auch ein Bube drauf und jetzt will ich einen Pik. Ha, 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 oder so. Auch so ein schönes Assi-Spiel. Ja, aber irgendwie geil. Hast du mal ein Risiko gespielt? Ja. Also damals hat mich es dann irgendwann immer, waren so Wochenende, als das mal so anfing, bei irgendwie Freunden. Das war ja auch in den 90ern eine riesen Werbekampagne mit Risiko. Ja? Okay. Ja, das lief dann ständig im Fernsehen. Es war so Relong. Spielen sie auf eigenes Risiko. Befreien sie Nordamerika von Griechenland. Beim Bund haben wir es mal gespielt, weil das konnte man sich in einer Spielothek ausleihen. Ähm, ja, wir haben es dann aber immer ohne Agenda gespielt, nur auf Welteroberung. Was ich meinte, Timo hat ja halt irgendwie mal die Suff-Risiko-Variante, was ich glaube ich im Büro gespielt und das haben sie ihn, da haben sie es, das war wohl nicht so gut. Es ist aber mit der geheimen Agenda, es ist auch so, da behältst du ja im Suff auch nicht mehr den Überblick, ob du jetzt Nordamerika von Truppen befreien solltest. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es geht. Es ist halt ewig her und ich weiß gar nicht mehr, du hast halt irgendwie so mörderviele kleine Steine. Das sind irgendwelche Einheiten, ne? Also Kavalerie und Artillerie hast du. Ach du Scheiße, also richtiges Kriegsspiel. Ich glaube aber, es ist nur Infanterie zählt einen Punkt, Kavalerie fünf, Artillerie zehn Punkte. Also ich glaube, es ist tatsächlich, es gibt, es gibt das erste Brettspiel, so sagt man, das erste Moderne, das heißt Kriegsspiel. Das war von preußischen Generälen entwickelt und das ist halt so ein komplexes Spiel, also das ist halt Risiko als echte Kriegssimulation. Kriegssimulation in Anführungszeichen Ende des 18. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, wo es halt darum ging, du hast halt deine Infanterietruppen und die sind gut gegen Artillerie, deine Artillerie ist gut gegen Kavalerie etc. pp. Und die Truppen haben Vorteilspunkte, je nachdem auf welchem Gelände sie stehen und sowas. Das war halt so ein endlos komplexes Spiel und das hat dann irgendjemand runtergebrochen, so dass es dann auch als Kriegsspiel vermarktet quasi auf den Markt kam und Leute dann halt würfeln konnten, wie viele Werte sie haben oder wie viele Bonus sie kriegen und ich glaube, Risiko lehnt sich als sehr vereinfachte Version daran an. Okay. Ich habe bei meiner Oma auch noch so eine einfache Spiele gespielt wie Mikado. Lag bei uns rum, hat nie jemand gespielt. Ehrlich nicht? Ne. Dieses ganz, dieses ganz. Wollte keiner mit mir spielen, konnte ich alleine machen und mich selbst bescheißen, ob sich irgendwas bewegt hat oder nicht. Ja, also das fand ich irgendwie ganz geil mit meiner Oma, weil du dann halt, Trick war ja dann irgendwann, also beziehungsweise manche, die richtig gut waren, haben dann später nicht mit den Fingern irgendwas geholt, sondern haben mit einem anderen Mikado-Stab was angehoben oder teilweise in zwei Mikado-Stäben irgendwas rausgeholt oder so. Da war mir die Sache, musst du vorher klären, darf man das oder nicht. Ich glaube, in den Regeln steht es nicht drin. Ich glaube, du solltest es nur mit den Fingern machen. Aber ja, am besten war natürlich, wenn du halt irgendwie einen nur von unten gegendrückst und dann hat er sich gehofft. Naja, spannende Geschichte. Ne, ich habe, das hat bei mir auch echt lange gedauert, dass ich gemerkt habe, dass da die Punkte markiert sind auf den Mikados. Ach so, die Ringe. Die Ringe, genau. Breite, schmale, mehrere. Ja, stimmt. Dass man sich ein bisschen orientiert, dass man sagt, ich muss nicht alle abräumen. Ich gucke mir die Zehner oder die Hunderter oder so. Ja, ich glaube, das habe ich nie geschnellt als Kind. Ja, also wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Ich hatte dieses Mikado-Set und wusste so grob. Ich habe gesagt, warum denn Oma nicht hier am Rand, die liegen hier oben, ist die doof. Und die dachte, das sind die einen immer, du dummes Kind. Ich habe sieben, ich habe 200. Oh, scheiße. Ich habe aber mehr als du. Sind weniger wert, du Affe. Ja, auch so Sachen wie Mühle und so. Ja, Mühle habe ich mit meiner Oma viel gespielt. Da gab es das klassische Brett, auf der einen Seite Mühle, auf der anderen Seite Dame. Ja. Und hat mich, glaube ich, in beiden Dingern, hat mich meine Oma immer abgezogen, immer Zwickmühle gemacht. Aber jetzt kann ich ja, ja, du hast aber noch Steine, kannst du was machen. Ja, dann schiebe ich hier, ja, Mühle. Ja, aber du machst jetzt immer auf und zu uns immer Mühle. Ja, spiel, dann hör auf zu heulen, du Affe. Ja, Dame. Ja, die leichte Schach-Variante quasi so. Also Schach habe ich, glaube ich, später in einer Oberstuf mit Torben mal ein paar Mal gespielt. Ja, ich habe auch eine, ich kann, also ich verstehe die Schachregeln, ich kenne die Schachregeln, aber ich kann es nicht spielen. Ja, die Schachregeln, also eigentlich ist ja, also grundlegend ja nur wichtig, was können die Einzelnen. Genau, was bewegt sich wie und die Rochade und sowas, das verstehe ich gerade noch so. Was ist die Rochade? Du darfst den Turm und den Springer tauschen, wenn nichts zwischen ihnen ist oder so. Du kannst zwei Figuren rotieren lassen, aber das müssen zwei spezifische sein. Ich glaube, es sind Turm und Springer. Ja, ich habe dann halt auch irgendwann nur geschnallt, was die Figuren können, aber taktisch ist, also ich habe es maximal geschafft, so einen Zug vorauszudenken. Und ich dachte, wenn ich jetzt den Springer diagonal bis hier ziehe, dann könnte er mit der Dame da rauf. Aber vielleicht macht das nicht. Ja, ich mache es mal. Warum soll das nicht machen? Was bringt es ihnen? Denk doch mal aus seiner Position, du musst dich in ihn hören. Nee, er hat aber nicht gemacht. War einfach zu langweilig. Ja, also das ist auch jetzt. Das ist eigentlich so die Suff-Schach-Variante. Dass man ja jedes Spiel im Suff auch spielen kann, beziehungsweise als Trinkspiel. Was halt wirklich gut wäre für März, für die Feuerzangenbowle, was wir ja schon mal geplant hatten. Aber vielleicht machen wir es diesmal einfach. Jenga. Du musst den Block aus der Mitte und legst ihn oben drauf. Jenga. Und es gab ja mal einen Jenga bei Lidl. Ja. Ja, aber das wird sie jetzt in den nächsten fünf Monaten sicherlich nochmal geben. Oder ich bestelle es bei Amazon. Ja. Jeden Block einzeln. Ja, schnitzen wir uns. Habe ich schon mal von einem Amazon-Gutschein erzählt? Nee. Hä? Was kommt jetzt? Ist jetzt ein guter Moment dafür? Oder hast du noch ein großartiges Spiel? Wieso wird es jetzt abschließen schon? Nee, wir haben noch acht Minuten. Die Amazon-Geschichte wird eine längere. Ich erzähle mir noch von einem Spiel, was ich als Kind geliebt habe. Das hieß Fang die Maus oder so. Und jeder hatte eine Holzmaus an so einer Schnur. Und dann hatte jemand einen Becher und musste den Becher auf die Mäuse schlagen. Das kommt mir mir kein Vorhaber. Und ich habe mich so oft dabei verletzt, wenn wir das gespielt haben. Fingerkuppen, ne? Ja. Kennst du noch Scotland Yard? Ja. Das habe ich geliebt. Und wolltest du immer... McPimmelmeyer ist in der Bakerstraße. Wolltest du immer Detektiv oder Mr. X sein? Ach, Mr. X. Ich auch. Und dann immer mit dieser Pappschirmmütze da, wo du dann halt immer nicht... Ja, genau, stimmt. Dieses Code lesen. Jetzt kommst du zurück. Und dann von wegen, oh Gott, er hat eine Straßenbahn genutzt. Er muss auf jeden Fall in dieser Ecke. Er könnte sonst wo sein. Und dann musst du dich halt immer... Was immer richtig mies war, wenn du ganz trocken gespielt hast, ist ja auch sehr viel Poker, dass du dich immer entspannt schaust. Und dann irgendwann solltest du dich ja alle 10 und 20 Positionen sichtbar machen. Und dann hast du dich sichtbar gemacht und warst so zwei Züge von einem Effekt. Und das war dann halt irgendwer, der taktisch echt denken konnte. Und du dachtest... Und weg ist er. Haha. Okay, du gehst da lang, ja, da lang. Und du konntest ja nicht durch jemanden durch. Ja. Also außer du hättest halt... Also wenn du auf einer Taxilinie bist, dann konntest du halt nicht durch die Taxilinie durch. Wenn aber auf derselben Linie eine S-Bahn oder U-Bahn ist, dann konntest du über jemanden rüber. So wenn... So was. Das erinnert mich übrigens total an Mario Chase. Das macht mich auch gerade voll fertig, merke ich. Ne? Dieser Stress... Ich habe auch diese... Mario Chase, stimmt, haben wir lange nicht hier gespielt. Und das ist eigentlich die Kurzvariante, die aber Stresslevel-mäßig sofort, ich würde mal sagen, bei mir auf 163 ist. Auch Dezibel. Achso, stimmt. Wird man da lauter? Ja, ich treuze. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, lauf, Junge, lauf. Ich könnte mich nicht erinnern, so jemals geschrieben. Und aus Bett öfter mal schlagen. Oh Gott, was machen wir hier? Wo schlagen wir denn hier gegen? Auf eine gute Palette. Auf eine gute Palette. Hakebeck. Der Krokodok. Ja, pass gut auf, der hat dann stattgefährlich zu, stattgefährlich zu. Hatte ich alles nie. Das hatte ich nie. Hungry, Hungry Hippos hatte ich nie. Krokodok hatte ich auch nicht, aber ich glaube, später während der Zivizeit öfter gespielt. Und dann halt die ganzen gruseligen Geschichten, dass auch Timo natürlich... Dass Leute ihre Finger verloren haben im Mund des Krokodils. Ja, deswegen wurde es ja auch verboten später. Dass Timo halt auch die Suff-Oriente gespielt hat. Man kann ja alles jetzt... Und ich glaube, hier Philipp, der hat damals... Wie hieß das? Grüne Wiese oder sowas in der Korinthstraße? Ja. Ach, die... Okay, ich dachte gerade an den Drink-Grüne Wiese. Nee. Die Spielwiese. Die gibt es auch immer noch. Ah, Spielwiese. In der Kopernikusstraße. Ach so. Ja, und dass er da mal hingegangen ist mit ich weiß nicht wen und du konntest halt saufen und spielen. Und das ist halt die gefährliche... Du hast jedes Spiel zum Sauchspiel, wo du... Du bist nicht dazu angehalten, dich dazu besaufen. Die Atmosphäre ist auch nicht auf den Sufa ausgelegt. Ja, ich weiß. Die haben dann auch mal Stress gekriegt, weil die anderen wirklich halt so ein Bier getrunken haben und haben dann sieben Stunden, weiß nicht... Das ist halt auch ein Laden, der so hell ist wie gerade das Zimmer hier. Also da sind halt normale Lampen an der Decke. Also wenn du da dich trinkst, dann hast du echt... Ja, Philipp. Ja. Der nimmt einen Faxe mit ins Kino. Sorry. So. Gut. Der hat dann hier auch mal, wie sehen Sie, die Siedler von Katan. Diese Spiele, wo du sagst, wir nehmen uns jetzt für den Januar nichts vor, weil wir Siedler von Katan spielen. Es gibt... Ich habe es nie gespielt, aber ich fand es immer so... Von College Humor gibt es da einen tollen Sketch zu, wo sie meinen, ah, ich bin Wir spielen jetzt ein deutsches Brettspiel und dann reden sie einfach... Der eine, der halt die Regeln kennt, meint das... Ist es deutsches? Ja. Der meint, es ist halt ganz einfach und dann fängt er halt an so ewig episch diese Regeln und Ausnahmeregeln und irgendwelche komischen Token und Symbole und Ausnahmen und alle schon so... Spiel, Spiel... Eine Sarah war ja auch die Dame, die halt monsterviele Brettspiele zu Hause hat. Das fand ich total faszinierend. Und du musstest immer mit ihr spielen. Immer muss irgendwas gefehlter werden. Und ich weiß nicht, irgendwas... Also auch richtig cool. Also immer so eine Ravensburger prämierten Spiele, wo du echt immer Spaß hattest, weil die immer interessant waren von der Idee. Teilweise halt auch einfach so, musstest du einmal wirklich 20 Minuten in die Regeln reinprügeln, weil du dachtest, was, was, was? Ob ihr passiert auch der Annette-Louis-San-Song, ich will doch nur spielen? Dirk holt gerade seine Annette-Louis-San-CD aus der Hosentasche. Oh, schlecht, Annette-Louis-San, ey. Aber er fasst sich gerade so ins Gesicht wie jemand, der nicht gedacht hat, in seinem Leben noch mal den Namen Annette-Louis-San hören zu müssen. Oder an den Song, ich will doch nur spielen, denken zu müssen. Dieser Helium-Unfall. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Das sieht richtig schön aus, wie auf der Wayne-Form. Ja, die ist, glaube ich, jetzt so eine hochbrillierte Chansonsängerin. Sicher doch. Dass die keinen Podcast hat. Hallo. Hat sie zu 100 Prozent. Ja, das stimmt. Du hast eine Amazon-Geschichte, die du noch zum Abschluss bringen wolltest. Gott, also. Es gibt so eine kleinere Effektfirma, Effexer. Das ist so eine britische Firma, die stellt HitFilm her. Und von denen benutze ich halt auch Plugins und Programme. Und die hatten halt irgendwie auf Social Media gepostet, so, ja, zu Halloween, schickt uns mal, wenn ein Horrorfilm mit HitFilm Sachen gemacht habt, schickt uns mal den Horrorfilm. Und wir spreaden den dann. Und dann habe ich ihnen halt Ghosted geschickt, den Horrorfilm, den ich im Oktober gemacht habe. Meinen so, ah, cool, wir teilen das in unserem Community-Newsletter. Übrigens, hier ist ein 100-Dollar-Amazon-Gutschein. What? Und ich so, okay, cool. Das hatten sie auch auf Facebook gerade geschrieben. Danke, hast du auch nicht gesagt. Ja. Sicher doch. Ja, Schatz. Ich schreibe mal kurz eine Mail. Naja, auf jeden Fall, ähm, was, also, ja, naja, cool, wusste ich nicht, hatte ich auch deswegen nicht hingeschickt, weil ich dachte, da wird es mehr Leute sehen, besser. Habe ich diesen 100-Dollar-Amazon-Gutschein bekommen? Klick drauf, 100-Dollar-by-amazon.com, perfekt, okay. Ich bin dann, bestellen wir es auf Amazon bestellen. So, hm, der Gutschein ist nicht registriert. Komisch. Dann gucke ich so, ach, der war für Amazon.com, okay. Dann gehe ich auf die .com-Seite und ich kann aber die deutschen Sachen nicht auf Amazon.com bestellen. Das ist aber mein Account. Ich bin auf Amazon.com auch kein Prime-Kunde und ich kann den Gutschein nicht übertragen. Und dann dachte ich, okay, Fritz, mach's mal logisch. Du kaufst einfach einen Amazon-Gutschein mit dem Amazon.com-Gutschein und löst den dann auf Amazon.de ein. Boah, pfiffig. Geht nicht. Hä? Es geht nicht. Ich habe jetzt 100 Dollar Guthaben im amerikanischen Amazon-Store und weiß nicht, was ich damit machen soll. Seit wann hast du das? Zwei Wochen. Ja, aber kannst du mit der Firma hin und kommunizieren? Sagst von wegen, ey, sorry, bla bla. Nee, du kannst den Gutschein nicht stornieren. Der Gutschein ist halt eingelöst. Ich habe vor allem, es war halt auch nicht irgendwie, dass ich auf Amazon.com gegangen wäre und das da, sondern ich habe halt einfach draufgeklickt in der Annahme, dass das halt funktionieren würde. Ich habe mit dem Amazon-Support geschrieben. Das geht nicht. Also du hast jetzt einen Amazon-Gutschein auf Amazon.com und du hast einen Account bei Amazon.com. Dein Amazon.de-Account funktioniert auf jeder regionalen Seite von Amazon. Also funktioniert der auch auf Amazon.com? Ja. Und du kannst dir halt nur was Internationales bestellen? Oder wie ist das jetzt? Nur Sachen aus dem amerikanischen Store und davon ist nicht alles für eine Lieferung in Deutschland zugelassen. Die Lieferung kostet natürlich auch was, weil ich auf Amazon.com kein Prime-Kunde bin. Ja, ich meine, das ist ja eh schräg. Du kannst ja nicht sagen, ich bin Prime-Kunde auf Amazon.com und ich wohne halt in Deutschland und bestelle mir als Illinois-Lutscher oder so. Ja, aber ich meine, du kannst ja auch nicht, aber das ist halt dein Account. Du bist mit dem gleichen Account da. Ja, ich meine, und eigentlich ist es ja halt auch schon, da fällt mir die Batterie aus dem Hof. Nein, eigentlich ist es halt ein Unternehmen. Ein Account. Also es geht halt nicht. Und jetzt bin ich halt so, ja, wahrscheinlich bestelle ich mir dann für irgendwelche Switch-Spiele einen Download-Code. Ja. Also so wird es dann sein. Weil ich hatte dann auch überlegt, okay, dann hole ich mir einfach einen Gutschein für den Nintendo eShop. Aber das kann man auch nicht bestellen bei Amazon. Nicht bei Amazon.com jedenfalls, aber bei Amazon.de. Ja. Naja, ne? Oder ein Brettspiel. Ein schönes. Ja. 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 Ähm, noch ein schönes Brettspiel, Spiel des Lebens hatten wir schon. Nee. Wo du mit dem kleinen Auto rumfährst und dann halt deine Pins da reinpackst, weil du halt dann heiratest und Kinder kriegst und bla. Ja. Dann hat man nämlich gewonnen im Spiel des Lebens. Ja, im konservativen Sinne schon. Trivial Pursuit. Ach. Ein ähnliches Prinzip. Alter, die fand ich so brutal schwierig. Aber ich meine, wir hatten ja damals, glaube ich, auch die Ausführung von 1973. Und dann musst du gucken von wegen, ja, welcher italienische Stabhochspringer war Anfang der 80er in Nordrhein-Kracht. Dritter bei den Regionalmeisterschaften. Holger. Umberto Candolini. Ja, genau. Dritter, Aaron, nicht zweiter. Meine Güte. Ja, das war halt immer, da war ich immer total perplex, wenn ich halt ein Käse-Stück gekriegt habe. Ja. Und, ja. Das ist, ich habe es vor ein paar Jahren mal gespielt und so als Erwachsener, die Fragen sind noch besser geworden. Also es geht mehr in Richtung Popkultur. Es geht ja mittlerweile halt auch immer, wenn ich es richtig verstanden habe, immer wieder neue Versionen pro Jahr oder pro zehn Jahre oder was oder fünf. Ja, genau. Und du kaufst einfach in der Regel nur die Karten neu dazu. Und tausch die aus. Am geilsten wäre es, wenn du einfach mischt. Wenn du sagst von wegen, okay, dann musst du gucken, wer alles in deinem Alter ist und in dem Land groß geworden ist, in dem du groß geworden bist. Und dann kannst du halt dann Fragen aus den 80er, 90ern und Nullern nehmen. Welcher Puppenspieler rasiert er die Figur von Alf? Ja. Jeffrey Wansbrecht. Och, Dirk, schon wieder falsch. Jeffrey Wansbrecht war berühmt dafür, dass er die Frisur von Miss Piggy gemacht hat. Ja, ich dachte, er hätte Freizeit. Dirk, 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 Dirk. 16. Da sprichst du was Gutes an. Es gab doch zu den ganzen TV-Serien damals Spiele. Es gab zum Beispiel auf Achse das Spiel, das hatte ich, das Simpsons-Brettspieler zwischen den 40 Varianten, dann Alf-Brettspiele und so. damit wurde ja auch mal Kohle gemacht. Es gab ja meist immer irgendwelche bestehenden Spiele ein bisschen abgefummelt oder was mit Sicherheit jeder große Spielehersteller halt hat, der hat bestimmt irgendwie 100.000 Spieleideen am Arsch und sagt von wegen, die sind alle nicht so geil, aber wenn wir jetzt halt irgendwie eine neue Serie haben oder Duggies Beauty Palace 2.0, das Brettspiel, da kriegst du schnell was. Also du kriegst ja halt immer, ich hab's nie gespielt, ich hab später gehört, das Bierspiel bringt dich auf jeden Fall dazu, böse Dinge zu machen. Also eigentlich so ein bisschen wie Feuerzeilenbowle, bloß mit Anleitung. Okay. Ja, gut, das ist vielleicht unsere abschließende Empfehlung. Spielt das Bierspiel? Ja. Denn wie hat die SPD zu ihrer letzten Wahl gesagt, das Bier entscheidet? Ja, schreibt uns auch weiterhin so wunderschöne Kommentare wie die letzten 14 Jahre bei für nüssepod.com oder für nüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube oder auf allen Podcast-Apps auf Spotify, von denen wir keine Mails kriegen. gmail.com Was? Was ist noch keine Kommentare, sondern Mails? Ja, du kannst doch auch einen Kommentar schreiben. Ja, aber du kannst doch nichts, nicht, ja, naja. Du kannst doch sagen, Betreff Folge 95 Brettspiele Hahaha Lol Minute 73 Voll nicht meins. Grüße aus Iserloh. Danke, Peer Steinbrück. So. Wäre möglich. Könnte auch eine andere Übung. Also in diesem Sinne Jatze. Was war Jatze nochmal? Ein Spiel. Achso, dann sage ich Mau.